Hallo zusammen, schön, dass du wieder einschaltest. Heute nehme ich die WORX WG385E Akku-Kettensäge unter die Lupe. Aktuelle Preise und Verfügbarkeiten findest du im Video unten in der Beschreibung. Dort habe ich alle Links für dich parat. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, lass ein Like da und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Also lass uns ohne weitere Umwege direkt einsteigen. Stell dir vor, du hältst eine Kettensäge in der Hand, die mit der Kraft eines Benziners mithalten kann, ohne den Lärm und die Abgase. Das ist die 40 Volt Akku-Kettensäge WORX WG385E Nitro. Ausgestattet mit einem hocheffizienten, bürstenlosen Motor, bietet sie eine beeindruckende Leistung, die deine Arbeiten im Handumdrehen erledigt. Die Kette fliegt mit bis zu 18 Metern pro Sekunde durch das Holz und dank der automatischen Spannung und Schmierung kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, präzises und schnelles Schneiden. Die technischen Finessen dieses Modells zeigen sich in der langen Lebensdauer und der erhöhten Akkulaufzeit. Ein Vorteil, der gerade bei intensiven Arbeiten nicht zu unterschätzen ist. Das werkzeuglose Kettenspannsystem und die automatische Schmierung machen die Handhabung zum Kinderspiel, während die Kettenbremse für höchste Sicherheit sorgt und im Notfall die Kette in Sekundenbruchteilen stoppt. Der geringe Rückschlag erhält deine Kontrolle und schützt dich vor unvorhersehbaren Bewegungen. Und das Beste? Diese Kettensäge ist Teil des WORX PowerShare Akkusystems. Das heißt, du kannst den Akku mit jedem anderen WORX PowerShare 18V-Werkzeug teilen und musst nicht für jedes Gerät einen eigenen Akku besitzen. Praktisch, oder? Ich habe mir die Rückmeldungen von Nutzern angesehen, um ein reales Bild von der WORX WG385E Akku-Kettensäge zu bekommen. Hier sind ein paar Punkte, die mir ins Auge gesprungen sind. Beschwerden gab es über mittlere Reichweite mit einer Akkuladung, aber das Positive überwiegt deutlich. Hier sind die Highlights. Hervorragende Qualität, sehr überschaubares Gewicht, attraktiver Preis, Benutzerfreundlichkeit in Bedienung und Wartung, starke Schnittleistung, integriertes Anti-Rebound-System, automatische Kettenspannung und angenehm niedriger Geräuschpegel. Es scheint, als hätten die meisten Anwender mit dieser Säge positive Erfahrungen gemacht, was vor allem auf die hohe Qualität und die praktischen Features zurückzuführen ist. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres Tests der WORX WG385E Akku-Kettensäge angekommen. Wenn du neugierig auf den aktuellen Preis dieses Modells bist, findest du alles, was du brauchst, mit einem Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt auf deine Meinung, also zögere nicht, sie in den Kommentaren zu teilen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben. Klicke auf die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal!